Hello Friends und Willkommen zu diesem neuen Video und zu einer neuen Spielvorstellung. In diesem Video wollen wir euch das Spiel The Last of Us Part 1 näher bringen und euch im Überblick zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Wir sind tatsächlich auf dem Weg auf das Spiel aufmerksam geworden, weil wir die gleichnamige Serie, die in diesem Jahr erschienen ist, geguckt haben und wir schon von der Serie so, so, so sehr begeistert sind, dass wir euch jetzt auch das neue Spiel vorstellen wollten. So ganz neu ist es eigentlich nicht, denn es gibt es bereits für die Playstation, aber es erscheint jetzt für den PC und ihr wisst, wir spielen hauptsächlich mit dem PC und deswegen mussten wir es euch einfach erzählen und zeigen. Ihr könnt auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr keine neue Spielvorstellung mehr und allgemein kein Video. Sollten wir zum Beispiel dieses Spiel auch spielen und hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr vielleicht auch schon das Spiel gespielt habt oder es einfach kennt, ihr da Bock drauf hättet, dass wir das spielen. Das würde uns super interessieren und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei dieser Spielvorstellung. Erlebe die emotionale Geschichte und die Charaktere von The Last of Us Part 1, das über 200 Auszeichnungen als Spiel des Jahres gewann, denn bereits am 2.09.2022 kam das Spiel für die Playstation raus und am 28.03. ist es endlich soweit und wir können das Spiel auch auf dem PC spielen. In einer verwüsteten Zivilisation, in der Infizierte und Überlebende umherirren, wird der resignierte Protagonist Joel angeheuert, um die 14-jährige Ellie aus einer militärischen Quarantänezone zu schmuggeln. Doch was als kleiner Auftrag beginnt, entwickelt sich bald zu einer gnadenlosen Reise quer durchs Land. Die Geschichte von The Last of Us Part 1 ist ziemlich düster. Sie beginnt im Jahr 2033, 20 Jahre nachdem eine schädliche Pilzinfektion die Welt erobert hat. Dieser Pilz befällt das Gehirn aller, die damit in Kontakt kommen. Die Menschen verwandeln sich dann in abscheuliche Monster namens Clicker. Du spielst als Joel und musst das junge Mädchen Ellie nach Salt Lake City bringen, um die Pest zu stoppen. Ellie ist immun und kann deshalb das Gegenmittel sein. Zuvor müssen sie zunächst gemeinsam durch die Vereinigten Staaten reisen, aber hinter jeder Ecke lauern Gefahren. The Last of Us Part 1 enthält die komplette Einzelspielerstory von dem Spiel aus dem Jahr 2013 The Last of Us und das gefeierte Prolog Kapitel Left Behind, das die Ereignisse zeigt, die das Leben von Ellie und ihrer besten Freundin Riley für immer veränderten. The Last of Us Part 1 erreicht spielend das Niveau des technisch beeindruckenden Part 2 und liefert die prächtigen Bilder aber in zuverlässigen 60 Frames pro Sekunde bei dynamischer Auflösung bzw. 30 FPS im Fidelity-Modus in 4K aus. Dazu kommt, dass auch die Charaktermodelle überarbeitet und denen aus dem Nachfolger technisch angeglichen wurden. Das heißt, es gibt kaum noch technische Einschränkungen oder große Unterschiede zwischen Cutscene und Spielgeschehen. Und davon profitieren wirklich alle Charaktere dieses einmaligen Abenteuers. Egal ob jetzt die Hauptfiguren Ellie und Joel oder Nebencharaktere wie Bill, Tess oder Henry und Sam. Von Mimik und Bewegung bis zu den Hauptporen und Wimpern blühen die Figuren auf. Was vorher schon gut war, ist jetzt grandios. Nicht zuletzt war auch die Schauspieler selbst betonen, dass das Remake ihrer ursprünglichen Performance deutlich näher kommt. Jede große Emotion, jede kleine Gefühlsregung wird noch unmittelbar transportiert, was die Eindrücke vieler Szenen noch stärker darstellen lässt. Ja ihr Lieben, wir kennen halt wie bereits schon die Serie und wenn das Spiel nur halb so gut ist, dann sind wir jetzt schon davon überzeugt. Das allererste The Last of Us war ja auch schon ein voller Erfolg und ich glaube auch schon viele auf der Playstation waren begeistert von The Last of Us Part 1, weswegen wir uns jetzt sehr darüber freuen würden, wenn ihr uns mal in die Kommentare schreibt, was ihr zu dem Spiel sagt, ob ihr es euch holen werdet, ob ihr es vielleicht auch schon auf der Playstation gespielt habt, das würde mich sehr interessieren. Ihr könnt aber auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Spiel gefällt, euch unsere Spielvorstellungen gefallen. Ihr könnt aber natürlich da auch unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt, so verpasst ihr sowieso kein Video mehr auf diesem Kanal. Schaut bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei, dort gibt es immer coolen Stuff zu sehen, genauso wie hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss ihr Lieben! Tschüss! Musik 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 Musik